Deutsche Memes, you looked exe, let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung, alles klar. Der Bahnbabo hier für euch am Start. Und ich wünsche euch alle mal einen super schönen Tag. Bleibt gesund und stabil. Also 1945 ist immer so, das, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall gut. Du willst Geld machen, komm ich zeig dir, wie es geht. Batz auf die Waage, machen Parameter. Du willst sagen, du legst dich in dein Bett und findest es unentspannt, dass deine Beine längs gelegt sind? Ja! Chat, wie konnte der so erfolgreich werden? Er schläft im Sitzen. Boah, es ist so kalt, ne Leute, geht auf jeden Fall nicht raus. Guck mal, sogar mein Popel ist eingefroren. Oh mein Gott. Wisst ihr, was einfach gut tut, so ein schöner Spaziergang im Wald. Einfach ein bisschen wie... Und um den Baum. How to trick a Tony. Will you get me? Bis 616, shawty bad as fuck. Dudo. Baby, kiss the fall with red lipstick like... Whisky doma, ich lasse es so, wie es ist. Nach Angaben der Polizei konnten alle Täter fliehen. Mit 24 Realtalk hast du schon mal einen deiner Streamgäste weggesüxt? Es kann doch nicht ernsthaft euer Ernst sein, dass ihr mich da rauskickt, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal. So, am 29.01. Moin, ich hatte Besuch und mein Cousin hat das geschrieben. Das tut mir leid, Digga, dann ist das nicht mein Problem, Digga. Yalla. Das war jetzt alles schön und gut. Du hast auch fast den Job, ich möchte nur ein Gespräch führen. Okay, ja. Ich bin jetzt der Kunde und du bist der McDonalds-Mitarbeiter, okay? Ja, einverstanden, einverstanden. Ich hätte gern Milchshake. Sorry, das geht nicht, die Milchshake-Maschine ist kaputt. Okay. Ich hätte gern Eis dann eben. Das geht auch nicht, die Eismaschine ist kaputt. Warum habt ihr denn gar nichts? Ich möchte mit deinem Manager sprechen. Die Manager-Maschine ist kaputt. Du hast den Job, Digga, du hast... Ich schreibe gerade mit so einem süßen Mädchen... Zeig dir Olli mal, Bruder. Krass, Bruder. Das ist meine Schwester, du Gottverdammter. Krass. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, 13 Grad im Winter sind kälter als 13 Grad im Sommer. Aber ich weiß nicht warum. Bist du gut im Bowlen? Ich denke schon. Also ich habe vor einem Jahr, glaube ich, das letzte Mal gebowlt. Und ich denke, es könnte heute was werden, auch mit meiner Bowling-Karriere. Es gibt ja eigentlich nichts, was ich nicht kann. Ich habe gesehen, in einem Blog von dir, du kannst zumindest sehr gut Fußball spielen. Ja, und Breakdance auch. Hast du gesehen? Kannst du mir was vormachen, Breakdance? Machen wir eine Musik dazu. Leider keine Beatbox. Ihr haltet euren Arm vor das Gesicht. Bewegt den Arm wie eine Scheibenwischer. Hin und her. Und lacht in dem Tempo, wie ihr euren Arm bewegt. So. Zeige mir, dass du einen großen Schwanz hast, ohne mir zu zeigen, dass du einen großen Schwanz hast. Ich habe gewonnen, oder? Moin, Moin, meine aktiven Spritzer. Yalla, komm, Bruder. Yalla, Brü, gib ihn. Yalla, Brü, gib ihn. Killer, Dicker, Killer. Da es eh nicht richtig vorwärts geht, denkt sich Christopher, ach komm, lass dich den Typen da mal raus. Was soll's. Oh nein, was will er denn jetzt? Solltest du vorausschauend Auto fahren? Danke. Danke auch, bis reinlassen. Dankeschön. Gleichfalls. Er hat Christopher ein Ferrero-Küsschen hingegeben. Och, ist das süß. Das liegt mir wie gebuttert, ey. So viel Glück, ist auch okay jetzt. Deswegen versuche ich jetzt richtig mies für dich zu zahlen. Was, Junge, was, Trimix, was, er macht der Auge? Das hat nicht funktioniert. Er sagt, er versucht mies zu ziehen, was ist mit ihm? Er versucht schlecht zu ziehen, sagt er, was? Ja, bitte jetzt. Ja. Einmal 60, das hat eine Trinerkasse. Er beschwört eine Trinerkasse. Gib mir irgendeinen Schuss fest, egal, gib. It was at this moment that Trimix knew he fucked up. Geeeb. Meinutar! G Qué schools! Gehäben! Das ist schmerzambi. Die ist schmerzambi. .